So, schon sind wir wieder zurück. Und machen weiter. Hm, was passiert, wenn ich da rüber schaue? Oh. Hey, ich will hoch. Hey, nein. Come back. Come back. Come back. Okay. Dann also nicht. Okay. 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 Ask the farmers. Why? Ask Jakobsen. Why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted. All but the most devoted. Okay. In dieser Leuchtturmhütte. Also, I don't know where to go. Okay. Oh, wow. So, what's next. Hmm. Rote Skin. Was ist das? Nichts zu sehen. Dann gehe ich einfach mal hier ran. Musik 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 The vegetation here has fossilized from the roots up. To think they once grazed animals here, the remnants of occupation being evidence to that. It is all sick to death. The water is too polluted for the fish, the sky is too thin for the birds, and the soil is cut with the bones of hermits and shepherds. I've heard it said that human ashes make great fertiliser, that we could sow a forest from all that is left of your pits and ribcage, with enough left over to thicken the air and repopulate the bay. The water is too high. Hm. Ah. Okay. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Okay. Ich bleibe aber mal oben, weil ich denke, dass die Story unten komplett weitergeht. Ich will nichts verpassen. Was ich jetzt schon echt seltsam finde, ist diese komische Insel hier. Dass da hinten so ein seltsamer Turm rumsteht, das finde ich echt komisch. Aber das werden wir ja wohl nur erfahren. Weil der sieht ziemlich weit weg aus. Ja, man kann auch unten lang gehen, ne? All night the boy has kept me lucid. I sat, when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island. I sat at the edge, and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute, and he's retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common. Hm. Ach. Er ist der Zurückgebliebene. Okay. Jetzt, ihr dann genau. Da steht was auf dem Schiff. Bin ich zu blöd für das zu lesen. Hm. Ok. Mhm. Huge Casino. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann müssen wir doch da hinten den Weg gehen ZDF, 2020 I had kidney stones and you visited me in the hospital After the operation, when I was still half submerged in anesthetic Your outline and your speech both blurred Now my stones have grown into an island and made their escape and you have been rendered opaque by the car Is this what Paul saw through his windscreen? Not lots wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside falling away to black forever Ich bin ja kurz davor, hier reinzuspringen Was passiert? Ich hab gespeichert Was passiert, wenn ich da reinspringe? Dann wird der wahrscheinlich wieder sein Comeback Ich will, nein, ich will es nicht machen Habt ihr das gerade gehört? Oh Gott, dann kriegt man ja irgendwie eine Gänsehaut Da springe ich bestimmt nicht rein, dann ist bestimmt irgendwie so ein Killerkind drin oder sowas Egal Machen wir wieder eine kurze Unterbrechung und gleich geht's weiter mit dieser Hütte Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich